es ist soweit leute es geht ja schluss mit der publika und wir werden jetzt alle auf normal speed auseinandernehmen gibt es zu verkaufen ja gute frage wir kommen uns zu sicherheit und 5 elixiere denn man weiß ja nie dann kaufen wir uns noch zur sicherheit voll restore 20 sollten reichen revives haben wir genug und es geht los leute ich weiß gar nicht mit wem ich starten soll okay ich bin gespannt was der was der mache und sie für überraschungen parat hält checken das ist willi flug pokémon ja nicht flug und und ja wir lassen einfach stonkot von und los geht's woher kommt so die kriege allow me to introduce myself my name is will i am website trainer let's go okay okay das wird jetzt sehr episch ich bin gespannt fünf oder sechs pokémon fünf ok und ihre fahrig auf level 52 okay wir fangen mit crunch ersetzt erdbeer ein erdbeer fahrig sollte nicht so viel schaden machen okay und crunch wie schaden macht crunch kommen hätte sehr schön sehr schön und die special defense ist also die spezial verteidigung ist gesunken ist natürlich auch richtig geil und okay das darf uns jetzt nicht kennen tut es aber schade ist auch gut aber kann man nichts machen kommt hat leonardo rein und jetzt da die spezial verteidigung gesunken ist von giraffarik sollte es eigentlich in der lage sein genug schaden zu machen ja um ihre frage jetzt darum zu bekommen und ja es auch so und ihre fahrig geht dauernd klaus von jetzt was von jetzt exekutor okay wir holen mich auch ein koko wai koko wai koko wai sehr sehr episch noch mehr schneller und ja und trifft sehr schön ich lege mich fest ist ist sofort k.o. vielfach schwäche megahorn step verdammt ich hasse so was ist das was da los mensch gibt es doch nicht also exekutor geht down okay was von jetzt was von jetzt xatu xatu da holen wir mal unsere beyonce rein unsere kleine schönheit unsere perle und level 55 war komm ich sieb macht guten david output weil xatu kann die rosana eigentlich nichts nichts wirklich gefährliches machen deswegen sollte eis die euro sogar auch regelt das ist sehr gut okay jinks es wird er sein und rossana rein und gut dass wir thylian dabei haben die guten alten stylischen thylian so rossana g rossana wie episch aber nein auch so ein niveau beginnt sich herab nach ein thylian kommt rein und thylian setzt komplett mach gut nämlich kommt noch gut nämlich thylian machen stolz auch stolz thylian nice verdammt todesguss leute todesguss aber wir haben ja noch unsere full heels parat ja die werden wir jetzt auch benutzen auf thylian und er wird wahrscheinlich auch auffallen nein okay selbst schuld ja wer rumgeizt den bestraft das leben und guckt euch mal wie wenig schaden rossana macht und zeit für ein bisschen extreme street klack jungs geht down okay was hat er noch ein simsala schätze ich jetzt mal nähen slow king okay slow king ja gut da kommt megahorn rein slow king eine hohe spezial verteidigung aber eine niedrige physische verteidigung so war das das ist böse das ist richtig böse der muss mehr als die hälfte machen boah sogar wohnheit trotz fluch boah richtig geil heftig schmiggern du bist der boss ich kann es nicht glauben naja wir haben natürlich jetzt will besiegt und das ist richtig episch wenn man das auf low speed spielt okay wir haben alles auf fast okay und ja erstes top vier mitglied besiegt weil ich ganz locker mit unserem ausgewogenen team klack klack steht eigentlich noch damit gerechnet dass er eventuell ein wie ist das ding noch gleich ein verdammt wie ist das eine leckerse macht ja also ein simsala weil simsala ist meiner meinung nach dass eines der besten psychik bekommen wenn nicht sogar das beste in meinen augen ja aber naja kann man nichts machen kann da nichts machen und ja das war's wir sehen part leute ich werde das video aufteilen pro top vier mitglied einfach damit zugucken bis bald macht's gut und ciao eure